Ladies and Gentlemen willkommen zu einer weiteren Runde VCBS Infinity Evolved. So, kurze Frage. Warum stehe ich so? Es läuft keine Musik und was zum Teufel? Irgendwie ist diese Aufnahme sehr komisch, finde ich. Es sind mittlerweile schon ein paar Sachen, die ich hier machen muss. So auf Vorrat, zum Beispiel die Verkabelung und so weiter bei der Mobfarm. Meine wieder aufbauen. Energiekugeln muss ich noch weiter bauen usw. etc. pp. Ich habe gedacht, das mache ich jetzt heute alles mal in Speedup. Das nehme ich jetzt hier auf. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Ich unterlege so ein bisschen Musik dann für euch. Und wir sehen uns dann gleich, wenn das alles vorbei ist. Bis dann. Bis dann. Ich wirhottebrigde. Ich will euch. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.